Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amazing World mit eurer Sandy. Hallo Leute. Und eurem Spooky. Hi hi. Oh Spooky. Spooky ist natürlich der Sandy. Und ich bin der blaue Hund. Genau. Und wir waren hier dabei. Ein bisschen das Dorf, wie hieß es nochmal? Bay? Bay Valley? Nee Spring Bay. Spring Bay, genau. Spring Break wollten wir ein bisschen machen. Nicht Spring Break. Hallo. Ja, und da haben wir uns jetzt angefangen umzugucken. Entschuldigung, aber wenn du läufst, dann hebst du die Arme hoch und dein Schwänzchen wackelt. Also wie in echt. Guck mal da haben, Cappy. Kann man winken? Man kann nicht winken, oder? Schade. Hat auch ein Röckchen an. Das Mädchen mit Base Cap. Und Blümchenröckchen. Du läufst echt komisch. Schau mal, bei dir sieht das nicht so komisch aus. Ja, aber bei dir. Gar nicht. Bei dir wackeln die Ohren. Wir haben ja Post gekriegt. Wir haben ja... Achso, wir sind ja jetzt Freunde. Achso denn? 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 Achso. dann muss man die irgendwie dann nochmal einlösen oder was jetzt wenn man da auf you geht doch siehst du da muss ich hab die 100 glaube ich nicht bekommen ach so doch werden das ja doch ich hab's ja bekommen ich hab mehr deswegen also bei mir ist auch mal da gibt's auch fishing in dem menü da mit den schreifen ich bin ein bisschen über die mauer gesprungen ja erfolge sind alle folge oben sind und hier sogar verkleiden das finde ich immer so das tolle an erfolgenden spielen dass man ein bisschen so sieht was es alles gibt auch so fishing ist ja schon cool dass man anscheinend cool man kann auch mehrere figuren sind das hier das freunde man braucht auch einen gewissen level und man scheint mit manchen leuten zu interagieren können und interagieren zu können hier gibt es sogar genau kategorien kollekt also sammlungen hier kannst du sagen kaufen mit einem gewissen level wo denn da kannst du auch möbel kaufen hier bei den musikaffen da ich weiß nicht wo du bist das ist doch noch ein paar meter weiter warte mal hier ist wieder so ein viech mit geld ich hab dich gibt geld so fünf coins wo bist denn du siehst du mich doch ich bin hinter dir wobei bist du gerade her gekommen hier ich habe das viech gefangen das habe ich nicht gesehen wir gehen erst mal in der stadt wir sind ja noch in der stadt noch gar nicht fertig wir sind hier auswärts komm mal mit hier spucki genau wo wir sind jetzt schon wieder hier ist ab level drei hier können wir noch nicht komm wir machen erst mal die quest hier vorne gab es doch eine quest glaube ich irgendwo für uns hier bei bei wie heißt die blumen genau ähm boah jetzt habe ich dich voll verloren das geht hier einfach mal an wo bist denn die blumen da her genau doch genau 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 ich bin da da komm füchslein komm oh ein mysteriöser brief genau genau das übersetzen wir danach das darfst übersetzen also liebe blumen ich habe dir gesagt dass spring bay zerstören werde und ich habe bereits begonnen mit deinem garten liebe grüße wechser das ist der garten putsch den müssen wir jetzt wahrscheinlich reparieren supi warte ich also diese königin wechser hat sich also messe misst sich mit der falschen zing oder beziehungs garten also garten wir zeigen ihr ja wir werden sie zeigen wir werden sie zeigen wir geben sie auf den nüsse auf der kopf nuss meine kopf helfen hilft mir mein garten zu wunderbar zu machen oder amazing großartig cool das ist die challenge cut tall grass jetzt muss mal groß cool hat da und das wird ja genau machen wir jetzt wo ist denn ihr hässlicher garten was ist das doch da läuft ein pfeil den übern kopf das ist ja nicht bleibt mal hier kommen wir hier der führt aber nur hier her ach so ich dachte man kann das anklicken hier was hier steht geht nicht weil wir die schere haben ist doch hohes gras überall ich weiß noch nicht so die schere werden wir wohl einfach benutzen wenn wir hier hin laufen ne muss doch macht er einfach einfach schneiden wir verschönern jetzt den schönen garten also den total hübschen wo qualmts denn hier noch so eine fehlt mir noch mir fehlt auch eins noch ne doch nicht ich hab schon hä hast du eins übersehen ja ich denk schon turn to bloom muss ich jetzt ja ich hab auch fünf so ich hab auch so ein vieh gefunden das hier noch gerade um geld gibt das hat auch hier noch im garten gestanden ach cool ich bin erschrocken genau hier steht grad wir müssen alle acht garten herausforderungen schaffen okay aha okay dann bekommen wir schöne fläche in der nähe von unserem zu hause oh cool oh ich hab ein beet bekommen aber ich geh auch gleich auf use now dann muss ich ja bestimmt nach hause und das pflanzen wir gleich das machen wir sofort genau ich hab's auch weil wir haben ja eh nicht viel also aber das mache ich direkt vors haus glaube ich genau weil das sieht ja sonst kacka hier aus kam wie mache ich denn das das steht denn hier bei mir zu hause aber du hast das unten in dieser menüleiste genau ach ich hab's das ist zu groß das will ich nicht direkt vorm haus haben muss man das rauf ne ziehen du musst es ziehen ja ja doch ja doch jetzt kommt es irgendwie komme ich nicht mehr aus dem dingsmenü ach doch ich muss das woanders hin bauen weil das ist zu groß um das direkt davor zu bauen das ist echt riesig ach ich mach das hier drüben hin frage ich mich nur was drehen also wenn man es gestellt hat kann man anscheinend ich glaube ich drehe das auch ein bisschen kann man das auch ein bisschen drehen ich krieg's nicht hin ich weiß nicht wie man es dreht du musst unten noch anklicken das drehsymbol denn bewegen also der drückt halt ah ja genau da ist es ja aber das wird rot wenn ich das drehen soll wahrscheinlich geht das nur an bestimmten stellen oder so ach ich hab das jetzt hier so ich hab's auch schön gedreht mir das jetzt ah jetzt ist besser das sieht doch hübsch aus ich hoffe da können wir auch dran rum pflanzen guck mal da ach ne da kannst du nichts anklicken zack so wo kann ich das jetzt bestätigen hier einfach da oben wieder dann ach ja dann das vergesse ich immer ich gucke mal da unten in dem aber man kann gar nichts damit machen das ist wirklich nur zum angucken mit ein paar hässlichen blümchen sieht aber cool aus was ist denn das hier ah walk into a yard to decorate was denn das du bist denn nur grad hingelaufen du musst jetzt schon ich bin nicht in deiner nähe ne ne ich hab nur ich hab nur da oben so ein neuer symbol neu neuer symbol gedrückt genau du kannst direkt ins baumenü wechseln äh you can buy items from the world shop with your amazing world coins hast du das oben angeklickt rechts ach so dieser ne ist das dieses let's go shopping oder was ja ne das hab ich noch nicht angeklickt da ist eine mission oben also the world shop buy a red t shirt und kauf einen einfachen also kaufe ein rotes t shirt und kaufe einen einfachen baum machen wir jetzt mal ein rotes t shirt aber ich will kein rotes t shirt aber wir müssten echt ein rotes t shirt kaufen mal open world shop hier so ich hoffe du findest es also sie ist eigentlich leicht zu finden ja müssen wir oberteile finden hier basic floor jackets t shirts wir kennen rotes t shirt hässlich hab ich schon mal gefunden ähm ich hab das rote t shirt jetzt gekauft da kannst du da sogar so nen paum auf den kopf setzen anscheinnte so ne pflanze aber das kostet 1650 gold symbol tree ist 100 100 dings kostet er bei uns ein bisschen ja bei uns ein bisschen coole ne wo ist denn der symbol tree ach da ne äh ich sie kennen er ist ganz an erster stelle da oben nächste seite ja zweite seite muss mir noch sagen achso ja stimmt das war ja da müssen wir ja noch durchscrollen ich will keinen baum jetzt muss ich einen baum kaufen obwohl ich keinen will ja warum kann ich den denn nicht kaufen ähm ich weiß nicht also ich hab den hab ich den überhaupt gekauft ich kann den nicht an ich kann nicht auf bei klicken ok jetzt kann ich auch bei klicken jetzt kann ich auch bei klicken ist verpackt gewesen ja ich hab den nämlich auch nicht gekauft anscheinend ich hab dort zwar drauf gedacht auch nicht oder hä ich war nicht sicher bevor ne geht nicht da ist ausgegraut ich gehe auf seite 3 gucken ok ne ich hab den glaube ich auch nicht wenn mich nicht alles täuscht ich kann ihn nicht kaufen doch ich hab ihn doch ich hab ihn ich habe ihn ich kann ihn nicht kaufen bei mir ist das ausgegraut also weiß ich kann es nicht anklicken hm ist ja komisch ist doch ein sehr einfacher baum nehmen wir auf den komplikierten tree für 100 coins ne ach ich brauch level 3 ich hab nachher nicht level 3 ach so das hab ich wegen glücksrad wahrscheinlich ne oh na scheiße wie krieg ich denn jetzt level 3 ach cool gibts hier irgendwas was man umboxen kann oder also wir hauten natürlich niemanden gucken ob man hier vielleicht irgendwas einsammeln kann unlock area ach so das kriegt man später dazu klick the my things button to open your dressing room ah ok cool das ist ja auch ne challenge aber mach doch einfach das anziehen lernen da oben das sind normale challenge hab ich nicht ich hab noch keine du willst bald ne bei mir ist glaube ich die challenge ich hab ja auch nur 2 gemacht den baum und das rote scha- ach so ne es waren auch nur die 2 oder ja toll keine challenge muss irgendwas pinnen da kann ich auch noch nicht hin das ist auch noch nicht freigeschalten ups der fuß ist eingeschlafen treffen wir uns dann müssen wir uns in einer Stadt treffen dann kann ich das erst da machen ich werde spielen ach so was ich hab hier gerade irgendein anderes Menü irgendwie geöffnet ne ich will keine Mitgliedschaft kaufen danke nicht warum nicht das ist ein schönes Spiel finde ich also gut sich ja das stimmt also jetzt zuerst meine ich jetzt hier so das macht ja echt Spaß das macht ja echt Spaß aber ich zieh jetzt das T-Shirt an blamieren oder kassieren das passt in meinem Rock obwohl ich das blaue also das beige blaue auch schön fand ich hab neue Herausforderungen cool warte mal noch nichts weiter machen deswegen mach ich auch nicht wir schaffen es mal an der Stadt ja ich bin auch unterwegs dass ich irgendwie noch an AP komme oder wie die heißen erfahrungspunkte ja genau AP auf dem Weg in die Stadt ich bin schon da ich bin auch ein kleines Viech hier liegt überall Schrott rum was ist das mit ein hässlicher Bär hier da brauchen wir ein Level 3 gerade meine Maus ich glaub das hat man wieder gehört oder ah da hinten bist du ja glaub ich hast du gehört? äh ne hast du nicht gehört was ich gerade erzählt habe? du hast nur gesagt wir treffen unseren Brunnen und dann irgendwie du brauchst Level 3 ne ich hab gesagt meine Maus hängt ach so naja meine Maus habe ich noch gehört aber das hängt nicht mehr ach so ich such grad wo ich AP kriege ist ja alles auf Level 3 ja aber ich weiß nicht wenn du bei diesen äh warte mal click for more information also Bloom will nochmal irgendwie reden glaube ich ist das bei dir auch? weiß das nicht lauf mal hin die steht ja neben dem Brunnen ne ja genau ja ich zeig mal drauf ok dann übersetzt du ja ja ich bin traurig die Sings äh haben Panik ja ja und ihren äh teuflischen Plan lasst uns versuchen das Geheimnis zu äh herauszufinden machen wir mal go talk to Howl ach ist ein Hündchen nicht verwandt mit mir wir müssen jetzt mit dem Hund sprechen geh raus aus mir Dickey ja komische Hauer ok der Wagen ich klicke jetzt mal auf den Wagen ja genau mit dem Wagen das kannst du nämlich Sachen glaube ich kaufen die sind so verkauft ich kann nix sagen sag mal ob du hinter mir bist ja nur ein Stückchen weg noch bin ich jetzt Level 3 oder was ist immer noch Reading Challenge 1 von 4 ist egal dass sie sich ja das ist ja das ich bin jetzt auch beim Hund ja übersetzt du mal was er sagt ok schöne rote Schuhe oh ich lass sie mal erst ausreden bevor ich sie übersetze haha wusste nicht er redet ja wirklich Blooms zurück warum hast du mir das nicht erzählt schnell äh du solltest besser einen Ballon kaufen bevor ähm Bloom ähm findet heraus dass du trödelst ok warte kriegt nix ok dann kaufen wir jetzt einen Ballon wo denn hey oh uh Ladebildschirm oh ja Jumper oh jump run oh wir müssen jetzt nein ah jetzt kommt bei mir wieder so ein mega langer Ladebildschirm ah ne doch nicht Hand out so kann ich die Münzen einsammeln wo muss ich jetzt lang hier ah ok wuuu ich bin runter gefallen oh ich bin wieder oben ich bin runter gefallen oh ich bin wieder oben was machst du denn ja jump run warum ähm ich weiß nicht ich hab irgendwie Ladebildschirm ne ich bin ich bin auch in dem Dings äh hast du keinen jump run gekriegt? doch ich laufe hier und habe fünf Münzen gesammelt und die da direkt gelegen haben achso hier muss man runter springen ach ok jetzt gehts weiter ja ich hatte Angst das war Luftballonfuzzis anklicken denkt dran die haben aber süße Luftballons guckt euch da da ein doch ich brauch noch einen noch ein Luftballonfuzzis noch ein Luftballonfuzzis ui so und jetzt achso ich hab vielleicht cool cool mit früchten habe ich jetzt gelesen das müsst ihr level up gehabt haben jetzt kann ich auch meine andere quest beenden hoffe ich bist du schon zurück? ja du nicht na ich komm auch trottel ja oah da kriegen wir aber gut money hier zusammen ich hoffe ich bin immer noch level 2 oder was? ne ne doch oder? bin ich immer noch level 2? ich bin jetzt level 4 mich verkackern wo siehst du das? das ist da oben über dem amazing da 4 mir steht dann 2 ah ne warte mal gardening gardening 2 bei mir steht amazing 2 und gardening warum hast du so viele ep? keine ahnung ich hab aber gar nicht viel gemacht ich hab aber jetzt ne neue quest ähm sea urchin attack watch out for those prickly sea urchins achso was sind denn urchins? ähm gute frage welche ist es denn das hier? ist egal ich hab mich auch 2 also es sind irgendwelche füchte enten oder so ähm ich hab das gar nicht noch oder ernten doch das musstest du ach doch das ist die urchin attack ja genau da watch das ist ein let's play und kein dumm viel quatscher ne ich dachte nur ich hab hier 3 ähm quests deswegen wusste ich nicht und hab das eine übersehen das wird mit den früchten genau team up with other things ach jetzt müssen wir ein team bilden um früchte einzusammeln okay auf ok klicken achso click me ne click me nie click me nie ich will ein team bilden wo ist mein team bleib mal stehen guck mach ich jetzt ne freundeinladung ne wir wollen nicht nach hause obwohl wir gehen mal kurz nach hause ne mein baum kann ich immer noch nicht kaufen oder ich guck mal ob ich jetzt den baum kaufen kann ok weil ich glaub es reicht wenn ich ihn kaufe ich muss ihn ja nicht hinsetzen ich bin nun erst level 2 das ist echt doof das ist komisch vor allem ja ich kann immer noch nicht kaufen ja so viel ep habe ich ja auch nicht das drehrad bekommen das waren doch auch nicht doch 100 sind ne menge war das 100 sogar oh da hab ich aber den hauptpreis gewonnen glaube ich ne hauptpreis gewonnen ne hauptpreis gewonnen ja das ist ja die klamotten und so ne es gibt auch keine 100 ap 50 waren es okay komisch du musst irgendwo anders noch ap bekommen dadurch die quest logischerweise witzbold naja klar ähm du rennst nur schon wieder rum ja spucky bei blumen bin ich doch hier hallo 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 hässliches rotes t-shirt doch ich guck dich mal um nein wir boxen niemanden sind ganz liebe menschen ich wollte trotzdem mal gucken was das hier ist ja das habe ich auch kannst du es aktivieren oh da kannst du was kaufen so ähm ne schüchterne rose und ein gartenzaun aber da braucht man ein level dafür ja genau oh cool oh die rose sieht ja mal geil aus geht ja noch weiter da gibt es richtig schicke sachen achte gartenzeug für den garten mhm ja eben hatte ich einen gesehen der hatte diese innenenrichtungen auch gehabt also so teile hm ich wollte ja nur mal hier gucken aber ich brauche jetzt erstmal dann müssen wir doch noch ein quest hier bei blumen machen ich brauche noch ein ganz bisschen von level 3 okay ich habe sonst keine quest mehr ja außer diese team quest ne aber ich weiß nicht wie man die macht wenn die ist weg machen wir die jetzt nicht aktivieren achja die ist wirklich weg ne feierlzeit auch keiner über den kopf ne aber wir können auch schon wieder mit der reden ne machen wir jetzt auch okay ich habe nicht dran geklickt ach jetzt okay äh flutters sind süße kreaturen die um ihre blumen herum fliegen aber sie kann keine von denen finden jetzt müssen wir die finden vielleicht mal so schnell wenn wir mal an okay die sind aber auch goldig sind denn die flatterviecher ach so da ist jetzt ein pfeil ja genau jetzt ist aber bei mir auch schienen jetzt müssen wir hier irgendwo rüber hüpfen ach guck mal hier schöne bahn wuuh und die ist auch schön irgendwie weitens wieder laufen hier und wir gehen über die brücke oder ach guck mal da sind so ach guck mal da sind so ich bin durchs wasser gegangen hallo wir sind erwachsen laufen das wasser ach nochmal ein 8 stück bleib stehen knuffel komm her komm her er fliegt weg von mir die sind aber auch da hinten sind so schmetterlinge kick mal die spawnen hier auch aber ist wieder weg die verdammt ey kick mal der hauen ab unter der erde hier ist eigentlich jetzt so ja ach was wieder weg ich habe eins gefangen vielleicht deswegen das hier das will ich hochkommen aber manche ja ich weiß ja auch nicht boah cool ach dann will ich das nicht haben wo ich mein anderes genau wenn es nicht will dann hat es schon schmetterlinge echt mal kriegt jetzt auch keine lust zu arbeiten oder zu flattern 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 hier sind auch noch welche so sind das jetzt ich habe irgendwas erschrocken aber jetzt ist wieder untergetaucht jetzt sind untertaucher auch guck mal da kann man bestimmt hinten angeln ich habe dich schon wieder verloren glaube ich guck mal wie viele ich habe gerade abgehoben guck mal wo ich bin ich weiß ja warte manchmal mein platterfies bevor ich dich suche wo ist denn so du bist auf den jumprun komm mal da runter ich bin auf dem pilz gesprungen und bin auf einmal da oben hoch geflogen weil der pilz wie ein trampolin wirkt ich bin ja da in der mitte hüpft doch nicht wieder rauf ich habe die fiescher noch gefangen die letzten zwei achte ich bin fertig return to bloom klicken ja können wir auch machen ich kaufe jetzt habe ich endlich ein erwerb ich sollte ja jetzt irgendwann mal reichen ja endlich jetzt kann ich endlich den baum kaufen ja das mache ich auch eben mal wo falsch geklickt ich muss ja unten drauf ich hole mich jetzt hätte ich was für falsch gekauft ich habe eh nicht so viel kohle das ist ja auch bei mir auf der ersten seite der baum ne ich level 3 bin jetzt oh ok cool naja dann ist ja es gibt nämlich 100 ne quatsch 45 warum hast du so hohe level ja du hast das ja ich bin schon fast level 5 krass jetzt können wir auch die andere was glaube ich machen ne oder ist die beendet genau jetzt hast du ja jetzt hast diese dressing your thing ne hast du noch offen ähm exp ne to create your home und ähm explore springway klicks das sing button to open your dressing room steht bei mir das hast du noch nicht gemacht achso doch das habe ich gemacht da brauchst du nur auf das ding da zu drücken unter dem bild das ist so deine garderobe kommst du da unter dem oben links dem bild ach da ok deswegen bist du schon soweit ach da kannst du dich umziehen naja das war das hatte ich ja auf den baum eben und hab dann cool weil ich mir mein t-shirt angezogen habe du hast gesehen ne ich hab das das kannst du auch woanders anziehen das brauchst du bis auf dich drauf ziehen naja das hab ich mittlerweile auch immer also oder hab's gemerkt klar Spooky ist wieder blond man kann auch einen spaten haben und Handschuhe dafür bin ich bei dir zuhause gerade haha bitte gar nicht bei deinem zuhause ich bin gerade bei deinen blumen ich hab mal angeguckt wie du dekoriert hast ja ich hab vor allem dekoriert voll viel ja das müsste ich auch Level Up haben irgendwie dann ne doch nicht doch jetzt bin ich Level 4 ja genau welche Quest wollen wir denn jetzt machen komm mal zurück in die Stadt dann gucken wir uns mal an Explore Spring äh Springbrae äh Springbrae discover ne und die erkunden das ganze Ding genau ich komm mal zu dir hin wo bist denn du ich warte mal hier bei Bloom ja da müsste ich jetzt eigentlich erscheinen glaub ich ne du erscheinst immer an der selben Stelle du bist da hinten warte ich spring mal über den Brunnen ui ich bin lauf durch den Brunnen ja ich seh dich mhm da kommst du gehoppelt da hoppelt gar nicht ich steh still ich glaub du rennst falsch ich bin hinter dir komm dann suchen wir mal wo der Picknickplatz ist ist es da hinten wo ist man da hinten visit look for the Picknick Tables wir müssen ah ok bei Cannelloni bei Cannelloni bei Cannelloni muss der Cannelloni rumstehen ich glaub das war hier hinten irgendwo ich weiß mal genau aha ah irgendein ja irgendein Einkaufsladen das ist das für einer uuuh ist hier Cannelloni das ist Cannelloni glaube ich das ah ok es hat gezählt ah ja genau jetzt müssen wir zum Boardwalk und der ist the boardwalk runs along the water ah ok da müssen wir wahrscheinlich hier lang laufen oder das ist bei diesen Trummer das ist ach das ist das hier das muss doch irgendwo hier sein ja oder da oben oder da oben der der mit den Ringen ne der Boardwalk oder was ach das kann natürlich sein oh ne wir haben es schon geschafft also ich habe es gerade hier geschafft an dieser Stelle ja stimmt das ist das da wo das ja jetzt müssen wir zum ne zu dem Nachbarort oder Lanes oder Straße oder so kommt man hier unten da auch hin wo ist denn das ach so ähm ne warte mal das habe ich schon check out need house behind bloom ach so ach so du musst bei mich vielleicht nach hause jetzt oder ne bloom da stand was von bloom ah ok weil ich habe das nämlich auch schon jetzt abgeschlossen irgendwie dieses aber wahrscheinlich weil du im Terangelo hüpft bist weil du rennst ja ständig rum als erinnern hättest du ein Hummel am Hintern vielleicht habe ich eine steht guck dir mal die hier an hahaha wie geil hahaha nerdbrille ist denn bloom nochmal da drüben in dem haus hier musst du rum gehüppelt sein ne wo ist denn bloom hin ne das ist das falsche haus da 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 musst du rum gehüppelt sein ne hat doch nicht gezählt warst du hier hinter irgendwo ne also ich weiß nicht was steht da neighbors lane ne wie war es da steht ähm check out the need houses behind bloom behind bloom hier drüben vielleicht da ist doch nur so oder da hinten da war ich aber auch noch nicht dort hinten eigentlich nicht aber das ist ja eigentlich ist doch auch nichts ne hier ist nichts komm wir gehen doch einfach mal in die richtung dort in die häuser dort ähm alte häuser da sind ja keine nicht doch ähm da sehe ich gerade eh nicht warte hinter und du sagst immer da hier ach die häuser aber du warst doch da gar nicht oder ich weiß es nicht also ich wüsste es nicht ich war vielleicht in der nähe dann es war eben da aber da drin war ich nicht jetzt hat's gezählt ja ne ich bin ja es ist ja witzig warum hast du das das ist ja witzig hm dann können wir gleich nächste quest machen ok haben wir ja zwei gekriegt aber wir machen erst die da drunter die wir schon hatten mit den früchten oder ja die ist ja nicht mit der früchte decorate your home start decorating your home by planting your new flowers na wir haben ja bloß ein dings bekommen ne? ein baum? ja stimmt place a fab flower wie... hä? welche neuen flowers? fab flower bed from your back ok und dann lassen wir die quest erst mal wir machen die jetzt mit dem affen oder was ist sein so? aber wir mussten doch irgendwas mit früchten machen wo ist es hin? naja egal. naja sehe ich auch jetzt gerade nix. ach die folge ist eh vorbei. wir müssen das erst mal beenden. ja das war wieder lustig die quest sind ganz interessant aber das zieht sich halt ein bisschen. jetzt hüpft hier nicht rumdorf jetzt. dann traue ich dich. ja klar wir müssen natürlich auch erstmal einen überblick überhaupt kommen uns hier ein bisschen auskennen alles ein bisschen angucken und so aber macht spaß. auf jeden fall. ja das stimmt. dann bis zu den nächsten quests. ja bis zur nächsten folge. danke fürs zuschauen. ja. tschüssi. vielen dank fürs zuschauen. bye bye bye. mhm hm 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 Vielen Dank.